Hallihallöchen, da das mit dem Video-Hochladen nicht geklappt hat, versuche ich das jetzt nochmal in einer etwas abgeänderten Form. Ich bitte Frau Laura, Dr. 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 Neumal klug ans Mikrofon, um ihre Theorie nochmals ganz kurz vorzustellen. Hallo, ich arbeite gerade an einer neuen Maschine, deswegen ist es etwas laut im Hintergrund. Eine ganz neue Entdeckung, ich werde es die Waschmaschine nennen. Ja, das wird eine bahnbrechende Erfindung. Egal, ich komme zu meinem Konzept. Ich habe nämlich eine neue Theorie gestaltet, im Auftrag von Laura von The Nosey Rosie. Und zwar geht es darum, man hat ja oft die Meinung, dass Lesben und Schwule zweigespaltene Gruppen sind. Ich versuche es nun zu erklären. Ich versuche es nun zu erklären. Ich versuche es nun zu erklären. Es ist nur eine Geschichte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017